Wunderschönen guten Tag ihr Süßen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute Solingen Klingentrail. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß ja nicht, ob du den zweiten drauf hast, aber den könnten die ruhig ein paar Meter länger machen. Das ist übrigens Megan. Heute am Klingentrail haben wir den Max getroffen und der Max springt jetzt mit mir zusammen in Borna. Ich weiß, dass er es kann, er weiß, dass er es kann. Und ich weiß auch. Seine Angst sagt, er kann es nicht. Aber Max, wir schaffen das, oder? Wir schaffen das, Max. Ich hoffe, ja. Wir kriegen es hin. Wir schaffen das. So, let's go. So, Maxchen. Ja. Jetzt fährst du einmal an. Das sieht so aus, ja. Und dann? Jetzt rüber. Fahr erst mal an. Kriegen wir hin. Ja, ja, nur anrollen. Ja, jetzt sieht halt böse aus, als es ist, ne? Ja. Und jetzt, weil du angefahren bist, fährst du mit mir da zusammen drüber. Ich zieh dich. Die Janine filmt. Janine, filmst du? Geil. Ja, das ist ja die Regel von drei, ne? Ja. Einmal gucken, einmal anrollen, drittes Mal springen, ne? So ist es. Dann machen wir das doch. Let's go. Dann sag mal, war das schlimm? Ne. War nicht schlimm, ne? Das war einfach, das war easy peasy. Das war gar nichts. Super entspannt. Sieht krass aus. Ist aber nicht. Tut aber nicht weh. So, jetzt weiter. Ich muss erst mal klarkommen. Du bist ja da. Goh her. Schön, mal wieder Spaß hier mit dem Maxchen. Das nächste Video wird vloggiger versprochen. Ihr habt es euch gewünscht bei dem Video von der Halde Hoppenbruch. Dann werde ich das jetzt auch öfter machen. Aber heute habe ich es vergessen. Beim nächsten Video wird es besser. Bis zum nächsten Mal. Hast du da drauf? Natürlich Der war sogar richtig schön und lang raus Ja? Ich muss kurz mein Haar zur Seite schwingen Aha, guck auf! Machen wir Machen Machen Wohem, wie aus hier ist hier wie das? Schein mal woher entspann' Lachen Können wir? So ihr Süßen, das war es heute auch mal wieder mit dem Video. Wir haben heute echt mal wieder ein paar coole, nette Leute kennengelernt. Wir haben einen Kumpel von mir, den Maxi, getroffen. Ich habe mich auch sehr gefreut, mal wieder mit dem zu fahren, weil das letzte Mal, als ich mit ihm gefahren bin, da ist nämlich meine Kurbel gebrochen. Und da war unsere Abfahrt sehr, sehr kurz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein gratis Abonnement auf meinem Kanal freuen und natürlich einen Daumen. Wollt ihr schon mal auf dem Klingentrail? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns.